Natürlich. So, dann schauen wir doch mal. Super toll ist es nicht, was ich hier einstecken habe. Ich habe Adiris P3 gepusht. Und bin auch schon auf Stufe 50. Ich habe ungelogen 2 Millionen Blutpunkte in die reingedonnert. Hier oben war jemand. Und es kamen nur Drecksparks bei raus. Was war das an dem? Die hat instant 2 Paletten geschmissen. Ja, okay, why not. Kann man machen, ne? Da hinten ist die Lori, denke ich mal. Die ist am Kotzen, was das Zeug hält. Äh, warum trifft es nicht? Okay. Wolltet ihr nicht mal langsam abhoben da oben? Ich wollte schon sagen. Das war die Lori. Die Lori ist abhoben gegangen. Da ist er auch. Die Lori ist abhoben. Die lassen die ganz schön lange hängen, ja. Oh mein Gott, Meg. Da ist die Kladudel. Wo ist die Kladudel? Wo ist hin? Ach, da ist er. Hallo? Hm. Hm. Ja, ich glaube, die Runde könnte schneller vorbei sein, als es mir wahrscheinlich lieb ist. Ach, da bist du ja noch. Okay, ich fahre jetzt mal einen Gang zurück, mache jetzt erstmal hier ein paar Paletten kaputt. Wo hat die Meck noch was geschmissen, ich glaube hier oben, hier hinten, irgendwo, I don't know. Da habe ich die doch schon kaputt gemacht. Ich weiß es nicht. Leute, was macht ihr denn? Die crouch da nur rum? Na ja, sorry. Wenn ich aber auch sehe, dass die nichts machen. So, du bist Second Stage gekommen, soweit ich weiß. Ja, lauf. Ist auch Second Stage gekommen? Ach du Scheiße. Dann hole ich mir jetzt erstmal die Kladudel. Daaa. Ich weiß es nicht. Dauh. Lorry, wo kratzt du rum? Da. Jo, hat dir das OP, oder wie, oder was weiß ich? Äh, hä? Hä? Hm. Jo, lass mir mal so stehen, ne? Ach du heilige Scheiße. Spiel, willst du mich verarschen? Ja, willst du, oder? Oh mein Gott. Äh, Petshaming Spot. Adiris hat so breite Hüften. Ach, das ist der Gen. Ach, hier neben steht mal zur Bexung keiner. Okay, das ist very interesting. Ich wäre schon mal lieber direkt in die Haupthalle gegangen. Hallo. Äh. Warum sehe ich denn hier auch keine Scratchmarks? Hä? Ist er jetzt da unten hocken geblieben, oder was? Oh. Oh. Ist er wieder zurückgerannt? Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. 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 So viele Safe-Pellys und jetzt sind sie weg. Du bist ein Debe, du hast noch ein E. Das weiß ich, das weiß ich. Äh. Mutsche! Äh, hallo? Wo bist du? Da. Schubidubidubidubi. So, wie zum Fick komm ich da jetzt hoch? Oh. Oder derjenige kommt runter, why not? Willst du mit BT tanken? Wirklich? Dann bist du raus. Dann bist du sowas von raus, mein Lieber. Das war scheiße, David. Ähm, ja. Dann halt so, mein Lieber. Dann haben wir, dann. Oh, 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 oh. Tja, was machst du jetzt? Was soll denn dieses scheiß Getanke mit BT, Leute? Dafür ist es nicht gemacht. Nö, dann nicht. Geht mal der an D-Strike. Ah, shit. Oh, sowas dumm ist aber auch. Ach man, wie komme ich denn hier nochmal hoch? Ich dreh ab auf dieser Map. Ich weiß nicht, wo ich hoch komme. Wenn ich halt eben den hinterher, der verletzt ist. Der eh schon am Kotzen ist. Die Frage ist nur, wo ist der? Da oben muss ich noch bleiben. Jus-Jus. 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 Ich habe jetzt einen kleinen Plan, wo ... da rum. Ich habe jetzt keinen Plan, wo der Nia hin ist. Ich habe jetzt die Sterben. Ich habe echt keine Ahnung, wo die ist. Das war uns zu 80% hier beim Alpohren. Aber heute nicht. Okay, alles klar. Okay. 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 Oh Gott. Das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Das ist Kacke. Das ist Mist. Das ist Dreck. Das ist Scheißdreck. Oh, oh. Oh, Kacke. Ey, diese Mapverteilung. Mapverteilung sage ich schon. Aber jetzt. Hookverteilung. Das war das, was er nicht gesucht hatte. So. Jetzt aber. Bis zum Schluss! Wah! Was ist das? Der Grubeltschacht. Und wir haben hier was ziemlich Interessantes. Nämlich eine Mag mit 241 Spielstunden und Legacy. Mhm. Wer es glaubt. Den Leben nicht. Also entweder hat derjenige einfach nur so gut wie gar nicht gespielt. Oder gecheatet. Mhm. Mhm. Schnell und neise. Die ist jetzt nicht wirklich in den Schrank da gesprungen, oder? Nee, ist er nicht. Sonst wäre so... Die hat den Troll-Perk. Der ist still. Die hat das Eludi-Perk. Die hat der Troll-Perk. Äh... Das schreit ja regelrecht nach Auto, der Tat, hier. Ich mach mal ein Gen-Fadish. Ich bleib... Oh Gott, ich bin jetzt nicht wirklich am Haken hängen geblieben. Machen wir die alle weg hier. Wirklich? Das ist ein Backluck. Ach, du warst AFK? Ah, alter Schwere. Das war sowas von wasted. Wie lange ist denn diese scheiß Mauer? Na ja, unsere süße Legacy-Mag ist nicht so Legacy. Sieh haben? Ah! 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 Sorry, Clam. Ich hab das leider unruhig gesehen. Ich brauch'n bisschen Druck. Hast du T-Strike? Ja, hast du. Sehr schön. Awww, und Teebecken? Hi. Ah ja, sorry, wenn du wegrennst. Achso, du kannst ja gar nicht weglaufen, du wusstest ja gar nicht, dass ich komme, ach so ein Scheiß. Tschüss. Oh, 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 oh! Awww, a sowas und EOP. Kutzyk. Wo bist du? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau. Das war's.